Hallo meine lieben Autistenkrieger, heute zeige ich euch wie man 1000 FPS in Fortnite bekommt, aber als erstes, ich verlose 50.000 V-Bucks, dazu müsst ihr nur eine oder zwei Sachen tun, einmal 0,25 Likes da lassen oder das Video mit 20 Freundinnen teilnehmen, das ist ganz einfach, dann könnt ihr 50.000 V-Bucks gewinnen, und jetzt, viel Spaß wünsche ich euch mit dem Video. Als erstes Leute, musste ich Kommentare vorlesen, wie vom Tamino Chalet, er schreibt, voll cool deine Videos und du hast Miki getötet, lol. Und er schreibt, hashtagglockeaktiv, dungeman, danke, das supportet nicht richtig, ich muss einfach mal wieder Danke sagen, für diesen tollen Support, auch dieser Kommentar ist aktuell, Leute, ihr könnt mir glauben. Der nächste Kommentar ist von Bayharzen, er schreibt, krass, Bruder, hashtagglockeaktiv und hashtaggainabohype, boah, danke, das ist wirklich das Beste, Glockeaktiv, das rettet mir den Tag, und euch auch, ihr kriegt 1000 FPS in Fortnite und 50.000 V-Bucks, junge, danke. Der nächste Kommentar ist von Geistenschnecke, er schreibt, deine Videos sind voll scheiße, du stinkst nach Fisch, hashtaggbrudermusgrus, aber danke für den Kommentar, denn das unterstützt mich und hilft mir in die Trend zu kommen, danke. Hallo meine lieben Notizenkrieger, heute zeige ich euch, wie 1000 FPS in Fortnite bekommt, als erstes möchte ich das hier unten aus der Videobeschreibung hier unten eingeben, So, dann kommt ihr zu einem Ordner, ihr müsst runterscrollen und auf Ordner Game gehen, dann auf Save, dann auf Config, dann auf Windows Client, und dann könnt ihr auf die Game User Settings gehen, dann müsst ihr rechtsklicken und bearbeiten drücken. Jetzt müsst ihr runterscrollen, so Resolution Size X und Y, jetzt könnt ihr hier die Pixel einstellen, und ihr macht die Pixel auf 1x1, das ist ein Fortnite Bug, ihr bekommt die volle Auflösung, aber habt 1000 FPS in Fortnite, so, ihr drückt jetzt auf das X, und drückt auf Speichern, So, jetzt könnt ihr Fortnite starten, und ihr habt 1000 FPS, Leute, teilt dieses Video mit allen euren Freunden, und nehmt am V-Bucks Gewinnspiel teil, Leute, das ist so eine einmalige Chance, Tschüss Leute, und lasst 0,25 Like da, danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.